Ja, endlich. Ich habe lange darauf hingefiebert und die Zeit war wirklich lange. Es waren jetzt, ich habe nicht mehr gezählt, 13, 14 Wochen, glaube ich, seit der Verletzung. Deswegen bin ich natürlich sehr froh und sehr heiß, wieder dabei zu sein. Ja, ganz klar, wir wollen Gruppensieger werden. Das heißt, wir werden da jetzt nichts abschenken, wenn man ja denken könnte, wir müssen uns auf die Bundesliga konzentrieren. Nein, wir müssen uns wieder leider über diesen Wettbewerb die Sicherheit holen für das nächste Bundesligaspiel und das haben wir vor. Ja, gerade zu Hause dominant. Letztes Jahr haben wir dort gespielt und da haben sie es wirklich auch sehr gut gemacht. Ja, ich denke, dass sie das Spiel machen wollen und wir müssen dagegenhalten. Ich glaube, das ist der Plan. Ist es noch immer was Besonderes, in London zu spielen? Trotzdem, auch wenn das jetzt ein paar Mal schon vorgekommen ist, aber natürlich, das sind tolle Bedingungen, ein fußballverrücktes Laden, das macht immer Spaß.